Wie bist du auf Meister des Dress gekommen? Hm, Meister des Dress, das ist ganz einfach. Wenn man auf YouTube auf Profil bearbeiten klickt, dann kann man beliebige Namen eingeben für seinen Kanal. Und ich, ich hab dann einfach mal beschlossen, ich schreib da Meister des Dress rein. Woher nimmst du die Ideen zu deinen Videos? Das ist eine sehr gute Frage, Mr. Pocko. Respekt, mein lieber Herr YouTube-Kollege. Das ist also, jede Nacht, bevor ich schlafen gehe, werde ich die ganzen Ereignisse und Geschehnisse des Tages nochmal Revue passieren lassen und schreib sie mir auf und bilde mir Assoziationen zu irgendwelchen Gegenständen aus dem Zimmer und so entstehen die kompletten Ideen. Das wäre die Antwort, wenn ich gute Ideen hätte. Aber ich hab ja keine guten Ideen. Deswegen denke ich, dann drehe ich einfach irgendwas und schneide das ein bisschen zusammen und lade das dann einfach hoch und so weiter und so fort. Die Luft ist bei mir raus. Mir fällt keine Frage mehr ein. Fällt dir eine Frage ein? Oh, Mr. Pocko, und das macht mich jetzt sehr traurig. Leute, die keine Ideen haben, machen mich so depressiv. Ich hab auch keine. Warum muss ein Interview so schwer sein? Das frag ich mich auch gerade. Oh, mir geht's so schlecht. Jetzt weiß ich eine Frage. Das Interview ist dem Bach runtergegangen. Wie gehst du damit um? Du hast voll recht. Das Interview ist scheiße gelaufen. Das macht mich voll scheiße drauf, wenn sowas passiert. Das ist auch noch ein Blumentopf runtergefallen. Ein scheiß Interview, ein kaputter Blumentopf. Und das ganze Leben scheiße. Ich geh damit ganz gut um. Würdest du noch ein Interview mit mir machen? Nein, lieber nicht. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir ab heute unsere Beziehung beenden. Drummer Gott und Pocko sind Geschichte. Mr. Pocko, es tut mir leid, aber ich denke, wir sollten ab heute Feinde sein. Okay? Feinde. Versprochen? Feinde. Blutrünstige Feinde. Danke. Das ist dein erstes Interview. Habe ich recht? Ich spreche nicht mit meinen Feinden, Mr. Pocko. Und somit auch nicht mit Sie. Ihnen. Wie auch immer. Sie sind nämlich mein... Feind. Scheiße, Sie. Ich überlege mir bessere Fragen für das nächste Mal. Was können Sie ruhig machen? Auch mit mir, wenn Sie nie wieder ein Interview machen können. NIEMALS! Wenn ich einen Umgang hätte, würde ich so machen. Aber ich habe keinen. Aber Stasell, warum kriege ich überhaupt mit Ihnen? Ich hasse Sie. Mr. Pocko, gehen Sie mir aus die Augen. Aus den Augen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das wirst du auch noch frisch. Ich glaube es ja nicht. Es wird ja immer dunkler hier. Habt noch einen schönen Tag. Habt noch einen schönen Tag. Ich habe 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 noch einen schönen Tag.